lalalalalalalala baller jetzt mal krasses Tumply und dann geht es los ich habe richtig bock mal zu zocken ich baller jetzt ein bisschen Solo rein und so und davor werde ich mir den Battle Pass kaufen richtig premium ihr wisst bescheid battlepass ist diesmal seit season 5 direkt am start bei season 4 habe ich den battlepass irgendwo irgendwann mal in der mitte geholt aber jetzt hole ich ihn direkt und probiere mich dieses season auch auf level 100 zu pushen hat ihr ist bescheid so come on boys jetzt schaue ich jetzt mal rein was hier geht ich habe noch gar nicht reingeschaut überhaupt nicht aber es interessiert immer den bunten quatsch den bunten quatsch bin ich mir auf jeden fall like a boss in warteschlange in warteschlange bruder was ist in warteschlange mal schauen was für skins am start sind neue tanz ist noch am start alles ist neuer ist diese season neues glück neues schmorder ihr wisst bescheid neuer schmorder guck mal da sieht man schon ein paar skins alter was ist denn das für ein opa okay alles klar jetzt hat man nichts dazu kommt noch die kommen bigi das go ja alles klar gehen wir direkt ein battle royal rein da haben sie auch ein paar frauen rein die nightrider in weiblich sehe ich hier schon wikinger schiffe alles klar wüsten ausposte und antike statuen okay 100 stufen über 100 belohnungen alles klar eine partie gold oder basketball und spielsachen und so zeug aha alles klar okay wir sind ja hart in der wüste dick aber es geht leider alles gleich bin level 1 rip fühlt sich nicht gut an der g sieben bisschen witzig aus die jetzt schauen wir sind es denn im berg passern was hier geht so tag die tag tag hat okay man bekommt auf jeden fall hier schon ein paar skins instant gleich am anfang er kriegt zwei stück oder die jägerin sieht cool aus die gefällt mir dieses gute sache der als ob er auch wurde kann man um mit stilen sogar chillige sache brudi als ob mit maske doch alles klar wurde das was schönes dabei aber die ja schade nichts am start was ist das interessiert das ist das spielzeug ist das heftigste noch rucksack ist am start das ist auch geil nein das ist geil boogie das ist ja mal hart sinnlos sorry also das ist schon mal da auch voll für einen eimer aber wir sind hier sind wir in china wo sind wir hier knight rider in weiblich golfball kriegt man 27 jetzt sieht auch scheiße aus du bist der hammer dick alles klar bruder okay er eskaliert der typ er eskaliert der holen wir jetzt noch nicht noch warten der eskaliert komplett oder geile sache finde ich scheiße das ist witzig aber auch voll für einen eimer alles klar und hier noch mal ein spielzeug spielzeuge haben sie reingebracht einfach so ein strand mal guck mal guck mal rechnen 2 plus 24 was ein scheiß ok können wir uns auch mal finde ich ganz nett finde ich ganz nett was steht dahinten drauf lifeguard okay das sieht auch cool aus ein wikinger schild alles klar wir haben wir uns noch nicht genug gegönnt müssen wir uns auch noch gehen noch mal ein spielzeug schicker golfball weiß für die leute die es ja gern schick haben die perfekt da läuft die sache sicher heißer schilder brudy geht ab auf jeden fall gefällt mir die tanz ist geil auf jeden fall ja ja der sieht cool aus der gefällt mir ich glaube den nehme ich auch gerne als genau auf jeden fall noch mal ein spielzeug noch mal ein schicker strandball halt okay einfach ein rettungsboot oder tschau leben bruder tschau leben was gibt blitzzocker tv willkommen zu ihm ja ist schon heftiger mutiger hier ist heftige moves in der haus die mein deutsch ist auch weg guck mal das ist schon pervers geil aus bruder ohne spaß endlich mal was gescheites für die mädchen beziehungsweise frauen leute ohne spaß das musste auch sein die letzten season war nur für die typen so alles für männlichen charaktere und so viel zu wenig weiblich schicker basketball ok dann gibt es das auch noch warum nicht da neuen tanz das ist ein bisschen übertrieben aus aber das ist level 100 also stufe 100 geiler steht auf jeden fall leute das steht jetzt wird erst mal der da ist diesen pass geholt würde ich mal sagen oder was geht auf den nackenbruder habe ich den jetzt war mich fertig werde pass aufgerüstet ok ich habe direkt was freigeschalten warum ja klar kriegst du direkt die skins und alles in seinem stadion premium account premium twice aha ok kostenlose stufen alles klar warum nicht haben wir gönnung pur digga gönnung pur direkt in battle pass gehört let's go geiler steht leute ihr wisst bescheid smash it boys geiler steht alter geiler steht auf jeden fall ein fettes dankeschön an vip viel tom nämlich er hat mir auf jeden fall den battle pass donated leute es war gestern als er reingekommen in mein stream und hat mir in 10er geballert ihr wisst bescheide so props gehen raus an ihn ok let's go diggi let's go i know y'all wonder i know y'all wonder i know y'all wonder Bis zum nächsten Mal.